Nee, da drin ist keine Blume. Kann man nicht hier in die Ecke noch gehen? Ich bin der Meinung, dass hier noch eine ist. Ich bin der Meinung, du erzählst Schwachsinn. Ist doch scheißegal, da ist aber ne Kiste. Ne Waffenkiste. Soll ich mal nicht immer in die Ecken nachgucken? Meiner Fresse. Oh, da war wieder ein Leck. Warum lecken? Bist du noch da, Patrick? Patrick? Mich hört man noch, oder? Ja. Juhu. Okay, geht weiter. Du hast auch einen Skype gelegt, Patrick. Ja, das ist immer... Ich weiss nicht, das... Woher das kommt, keine Ahnung. Kann ich mir... Ich hab noch nicht erklärt. Oh Gott. Konnt ausgewichen hier. Okay, das ist A. Oh ja. Boah, 100 Damage, Junge. Hab ich grad mit einem Schiss verteilt. Ganz viel Shotgun für dich. Dann sammel du mal zuerst, Kenny. Der muss erst mal wieder klar denken, der Junge. Ist das ne... Wenn jemand ne Scattergun haben will, ich kann da nix mit anfangen. Ist das nicht deine Art? Ja, aber ich hab ne bessere. Was sind denn Mehrzweckgranate, die ich grade aufgesammelt hab? Boah, ich bin voll. Ich hab alles aufgesammelt. Das sind normalen Granaten. Achso. Ahne, ich kann noch einmal. Will ich Scattergun? Keiner. So, den Rest ganz gut aus. Ich weiss nicht, wie die gegenüber meiner ist. Geh lauer ab. Ich nehm keine. Ich brauche ja keine. Okay, hier war keine Blume, ist aber scheißegal, hier war ne Kiste. So, nochmal gut. So, nochmal gut. Kommt mal hier runter, stellt nochmal so einen Kreis, damit ihr euch nochmal aufladen könnt. Oder da. Steht das Ding aus Steuern? Nein, kannst du nicht. Ist ja meins. Oh. Hätten wir nicht besser gleich im Kampf gebrauchen können? Oder... Ja gut, du kannst ja gleich ja sowieso wieder benutzen. Ja, in 100 Sekunden. Wenn das Ding abgelaufen ist. Okay, das könnte jetzt natürlich noch ein bisschen dauern. Ist ja nur... Aber... Passt schon. Wir sind doch sehr mutig. BAM! Headshot. Nice. Kannst du das bei allen bitte mal eben machen? Ja, dann wischen. Leute, der hat mich angekotzt. Kotzt mich an, der Junge! Wow, was ist das? Ach du Schatz. Geh nicht in meine Richtung, geh nicht in meine Richtung, geh weg! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das war's mit meiner Muni! Wow, knallhart was weg! Braucht jemand ein Medikid? Ich kann da drauf, was ich kann. Oh Gott, geh nicht auf mich, ich halte auch nix aus. Ah, knallhart das Kickdown! Ich hab meine Pistolkündnisse, das sind jetzt der mit zwei. Ja. Geht's? Geht's da auf. Was heißt denn das? Das hilft dir nachher. Kannst du gleich nachgucken, wenn wir diesen Kampf hier beendet haben. Ne, ich bin tot. Du bist nicht tot. Ja, ich bin down. No, ich hab jetzt nix mehr Munition. Okay, alles klar, hab mein Messer rausgeholt. Zack! 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 Hier liegt Munition für die Waffe, die ich dir vorhin gegeben hab. Einfach aufsammeln. Wir haben ein Medikid gefunden. Wir brauchen mal ein paar Medikids hier, ja. So, alle... Alle död? Okay, erklär mal, was ich jetzt hier gerade geschafft hab. Komm erst mal hier, kein Hase. So. Und zwar, wenn du... Ähm... Ich weiß gar nicht, wie du da hinkommst, aber wenn du i drückst, um dein Inventar zu öffnen... Kann ich nach links gehen? ...hast du oben in der Leiste dieses Manneken, ne? Und da hast du deine Waffenfertigkeiten. Und wenn du da drüber gehst, siehst du, was dir das hilft. Cool. Na links, weil es da später... Brauchte liegen noch welche? Oh ja, das ist gut. Geil, es gibt später so Stromwaffen, äh Laserwaffen. Geil, dass ich genau den Sniper nicht anwählen kann bei mir, ist ja komisch. Das scheint ein Back zu sein, egal. Ich hab beides Level 2. Ja, ist noch so eine Pistole? Okay, die Pistole... Ich kann den Sniper auch nicht anwählen. Will dir jemanden haben? Ich weiß nicht, was liegt. Nein, den Ball zu machen. Also ich will die Pistole nicht haben, die war schlechter als meine. Im Moment, ich hab ja gar keine Pistole. Egal. Ja, weiter geht's. Ja. Hier oben kommt, glaub ich, noch mal einmal und dann... Hammer. Ja, da hinten stehen noch mal ein paar... Du darfst es gleich einfach mal auf Schüpfensollerei da in die Schütztro-Zimmer aufstellen. Hab ich doch gerade. Ja? Ja, das stand grad da unten. Und jetzt gleich stell ich das auch wieder auf, aber erst wenn's wieder da ist. Vorher kann ich's ja nicht verwenden. Boah! � такое. Egles? EANG! Hast du wieder Dingens-Modus? Jo... Da hast du noch schon M coraz ... M coreshm! M coreshm! Das ist geil, oh du Scheiß! Oh Trust oss! Oh komm komm, lass mal diesmal bitte, nochmal an die Bistole. Oh, neu해주caf für Jedermann!!! nicht gerechnet das was ne doch nichts eine non eine normale und der rest ist oder hast du eine pistole die gut gegen schilder ist ich hätte gerne die tmp2 stabilist ich hätte gerne die nahkampf also ich werde gar keine davon nehmen von der hrd nehmen sie dir von mir aus ich bin peter die blau haben will und das war nicht die blaue da war eine grüne das ist ja mit zehn haben am arsch wenn nämlich die an die blaue sieht ziemlich schlecht aus eigentlich okay außer gegen schilder keine ahnung oder sind der gegner was nützt mir das denn das jetzt feuer haben zum beispiel dann kriegen die mitschern und ich sagen oder es ist ganz oben gesprungen der steht direkt hinter die peter unterkommen ich glaube jetzt ist er verwirrt ja die granate heftet genau an dem da ist und die sachen kommen sogar runter die freiheit nehme ich mir das war was anderes also meine pistole tisch jetzt habt ihr es gut so wir müssen der blumen haben wir fertig blumen haben wir fertig jetzt müssen wir wieder hier lang jetzt können wir erstmal alles abgeben was wir so hatten da unten sind noch oh gott irgendwelche probleme pete er hat mich nur angerottet aua wo denn pistole scheiß pistole nehme ich mir damit auch eh kein mensch wenn du noch combat rifle munnen brauchst da liegt schaden kann es ja nicht was habe ich denn jetzt auf ich habe ein schild aufgenommen das ist doch gut hattest du noch ein gekauftes schild weil ich habe noch keins gekauft ne das ist aber nur erforderliches level 2 das ist wahrscheinlich nicht so toll aber ich kann es immer gerne geben 61 kapazität 12 ladegeschwindigkeit was hat deins wird sich da gebraucht dein Name ich bin gerade im battle ich auch keine sniper muss ich fallen lassen das ist echt zum kotzen hier oben habt ihr auch schon gebettelt ja ich finde nur noch level 4er die sind ja einfach seit wann habe ich eigentlich 220 leben ach so für den levelaufstieg apropos levelaufstieg dann kann ich jetzt einmal das hier aktivieren auch schon geht zum levelaufstieg ja ich muss mir eben muni kaufen danke schon wieder neues schild das kannst du dir ja dann holen kostet mir aber zu viel das ist eigentlich nicht will jemand gummi granaten haben was sind das ich habe zwei granat mods und zwar einmal explosive bouncing betty die granaten springen das hoch bevor sie explodieren und dann gummierte granaten die hüpfen so lange hin und her bis die bei einer feind berührung explodieren ja die kannst du mir gehen wenn du ich hab nur ich wie gesagt ich kann doch nicht viel anfangen äh was ist denn da meine waffe die ich habe pistole welche munition meine ich welche munitionsart was ist denn die repeater pistol hallo das weiß ich nicht die repeater pistol munition brauchst du dann wohl ne du hast ja kein revolver dann brauchst du erst revolver munition ja so repeater pistol habe ich gerade selber oder auch drauf geh ich stark von aus wenn du ne pistole drauf hast dann ist es meistens eine repeater pistol wieso kann ich das nicht verwenden warum kann ich so wenig so ein ding kaufen warum kann ich mir kein speicher deck upgrade kaufen wenn du es schon gekauft hast kannst du es nicht kaufen dann musst du noch ungefähr zwei level warten dann kriegst du neues und dann kannst du das dann kaufen gehen das ist mir leider nicht angezeigt deswegen das wird mir leider nicht angezeigt deswegen verwandert es okay drückt auf den knöpfchen das war Weit, weit entfernt... Halt... Hört zu, das ist ein Hinweis. Haltet E, wenn du eine Waffe aufsammelst, damit sie automatisch ausgelistet wird. Ja. Stand hier gerade. Ist ja nett. Ich wusste es nicht. Ich auch nicht. Okay, Patrick, du grüßt das Mikro. Sorry for that. Haha, Run-Hit, Junge. Könnte ja gar nichts mehr. Dann wollen wir dem guten alten TK doch mal sein Bein wiederbringen, oder? Ob der not verdient hat. Ja, auf jeden, das ist cool. Cool, die geben schon keine EP mehr. Haha. Oh, Leute. Huiiii. Weil das ist ja auch der Punkt, wenn ihr nicht mehr weißt, wie der Attila so läuft, ne? Ja? Was? Wo ihr nicht mehr wisst, wie weit habt ihr gespielt, glaube ich 15 oder so, ne? Ja. Klingensamen. Da ist dein Bein. Oder das ist gar nicht drauf. Dafür kriegen wir jetzt hier so ne Waffe, oder was? Kriegt jeder von uns jetzt so ne Schotti? Hä? Ja, die TKs Wave hat jeder gekriegt. Oh, ich hab auch noch ne Sniper gekriegt. Ich auch. Neu. Nen LB-72 Vicious Sniper hab ich gekriegt. Ich hab ne pipi, ne lilanes Sniper gekriegt. 60,95, 2,7. Okay, ich hab auch ne lilanes Sniper gekriegt, aber ne bessere als du. Höchst effektiv gegen nackte Haut. Kann Feinde in Brand stecken. Alles klar. Hab nur so ne behinderte grüne Sniper gekriegt, glaub ich. Voll gut. Ich hab ne goldene Sniper. Wie awesome ist das denn? Könnt ihr das sehen, wenn ich mit da rumlaufe? Hallo? Ja, die leuchtet golden. Awesome. Sieht nice aus. So, jetzt können wir am schwarzen Brett noch eine abgeben. Moment. Nämlich die hier. War das jetzt gerade zufällig? War das jetzt gerade zufällig?